Willkommen zurück zu Planet Coaster, heute geht es mal weiter in meinen Park, hat sich da was, ne das kann man nicht so gut lesen, vielleicht habt ihr noch ein besseres Schild für mich, ja heute möchte ich mal den Weg fahren, den Weg einfach weiter ziehen und so von hier, einfach mal so eine Gerade machen, bis hier hin, also auch ein bisschen weiter, so hier, bis hier ungefähr und dann nehmen wir jetzt ein Schienenfahrgeschäft, nehmen wir da so ein vorgefertigtes, oder wollen wir selber bauen, ich würde fast sagen, ich baue selber, wenn sie denn da sind, hier, ja, jetzt so ein bisschen versetzt, hier her ungefähr, ja, 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 das ist Käse, und ein besseren Einwaldingel und so suchen, ja, dass wir es 0 Grad haben, ja, so hoch, haben wir dann durch, vielleicht, ausz Wollt ihr mal? Ja, aber das dürfen wir halt auch nicht durch, jetzt hier vielleicht ein bisschen was, jetzt was ich meine, ich werde hier durch, ja, wieder hier so ein bisschen durch, so Schlängel rein machen, nee, das muss ich nicht, nee, und dann muss ich sagen, warum wir hier noch so lang, ja, und dann lass mir das einfach mal, das gefällt mir nicht so gut, das kann man so nehmen, oder? Ja, doch, und jetzt nehmen wir den Weg, bis dahin, Größe, also das war Glätt, naja, gut, hm, hm, ich muss das eigentlich auch in so einer Höhle machen, so quasi das hier der Bereich dann in der Höhle ist, so gesagt in so einem Berg, so ungefähr, so ungefähr, da komm ich jetzt sicher nicht rein, ja, ja, ich will ja nur mal lang reinbauen, warte, Szenerie, gib mir Lampen, hast du hier Lampenspiel? , ja, ja, ich will es nochmal, ja, ja, danke, ich will ja nicht ein bisschen, ich will es sicher nicht ein bisschen, ich will ja, es weiter, ja, da u, da mhm bei denen kann man hier Wasser reinmachen zurück mhm und zwar kann man hier sagen was kann man hier sagen gar nichts ja mui und zwar mit die hier nehmen und das einfach mal hier um den Bissi irgendwie verteilen so grob jetzt ein paar Bäume also weiter entfernt hier den Bereich wo sie so ein bisschen höher jetzt hier oben kann man dann mal ich weiß das nicht gut für die Performance sind mal hier ein paar Felsen hin machen ja 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 hier 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 so ein paar Felsen das wäre nicht schlecht komm komm und ja so schon etwas größer komm ja doch doch das könnte gehen ja 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 so so also hier ja hier kann man noch was das zu malen aber da kann man uns jetzt mal wieder rein ist das so ein fertig ist ja tatsächlich er ist viel zu groß hier oben ist der kleine ok da oben ist es gut sollte hier doch passen hier haben wir den an wieder alles ich weiß dass ich es nicht weiß machen zuck 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 das ist nicht hier 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 Okay. Let's go. 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 Dann werden wir einfach so auf. Aber irgendwie hat es sowas. Ist ja auch eine Szenerie. Beziehungsweise keine Spazierende. Und daher auch Bob. Nein, wir wollen nichts vorgeführt. Ja, das will ich. Wir gehen hier. Und stellen das hier hin. Und das können wir hier reinstellen. Ja, das macht sich gut. Sehr gut sogar. Mit dieser. Creme. Und ich. Und ich. Kennuencia? Das ist irgendwie. Bei mir ober Ja. Laid Kräando. Ja, hier! Haller der Steine zurück. Figurenvorreche. Fass ins Video mysterious. das ist zu klein ja klar so Oh, ich hätte Angst in der Verhäusenen. Weiß du es dann? Macht ja alles im Geist. Ja? Und hier so? Du? Das ist nur ein Kasperler. Das ist nicht schlecht für den Kopf. Okay. Warte. 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 Jetzt müssen wir... ...schwarz... ...düß das laatste... ...düß... 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 ...düß-düß... Ich kann dann negative Farbe, nein, mir nicht die, 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 und du, die, die, okay, in der Farbe, weil wir arbeiten, ja, viel zu groß, das ist zu groß, das könnte gehen, ja, mir sieht die Farbe, auch nimm, Juuu, ja, was? Ja, was? Ja, auch nicht. Und zwar hin. Ja, Fahre? Du auch? Ja, Fahre? Ja, Fahre? Und jetzt noch ein paar... ...oh, die Gleine. Ja, das grüne Augen. Ja, Fahre? Ja, Fahre? Ja, Fahre? Ja, Fahre? Ja, Fahre? Ja, Fahre? Noch gar nicht? Erst werde ich da weg inne... ...zu greifen. Ja, das genug... ...und jetzt... Ach, nur weiter zu... ...R... ...re... BABABINGOIN! 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 BINGO! Juck, 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 juck. Juck, juck, juck. Und plup, plup, plup. Ja. 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 Sie geht noch nicht. Sogar. 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 Ja. Ja. Sogar. Und leider gibt's in Busch. Steht noch im Busch? Ok. Walgang fahren. Oh deixa du es stellen. Ich mach irgendwo ein. Was hab ich jetzt gemacht. So einsteigen womit ist zu sein. 7 Schuten. Steig ein. Ok, hier muss auf jeden Fall noch was sein, aber es ist dann die Spitz-Heilzeit. Jetzt lasst uns einfach mal hier stütteln und mal gucken, wo sie sich verärzt werden. Ich habe keine Ideen, aber ich kann mir das neue Regeln auch noch da in die Kommentare schreiben. Und ja, weiter geht's, wir haben das Gelände, was soll ich da, wenn der höchste Punkt ist. Ich glaube, das kann man auslassen. Ja, hier kann ich noch was draus machen. Hallo, bist du? Ja, doch. Ich habe es noch gebt. Ich habe es noch in der TPC, aber es geht dann noch. Ich habe es noch in der TPC, aber es geht dann noch. Oh, das ist doch irgendwie so. Aber die solche vorne sind halt, ja. Nur, dass es schnell läuft. Mit. Mhm. Jo. Okay, dann stütteln, vielleicht. Lässt sich einiges raus, um es zu holen, um zu warten. Ja. Können wir gleich öffnen? Ja. Komm. Okay. Okay. Ich kann mich nicht mehr öffnen, um zu lassen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Excuse mich, nochmal. Ja. 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 OK. maybe in the next video i don't know what it is we're just making money to listen i need to make a new Future Schüss. Ja. Mm. Ich muss... Schuss. Das ist gut, wie man sie sinken kann? Wie man... Wie man... Wie man... Kostar und Schiff. Tschüss.